Mit Platz für Wien haben wir vor drei Jahren eine erfolgreiche Kampagne gestartet für eine klimagerechte, kindergerechte und flächengerechte Stadt Wien. Seither haben sich viele Initiativen bei uns gemeldet, damit wir sie unterstützen. Deshalb wollen wir jetzt den nächsten Schritt geben. Von der Kampagne zum längerfristig organisieren. Dazu laden wir euch ein, ihr, die ihr alle in Wien schon aktiv seid oder aktiv werden wollt. Zusammen wollen wir etwas Neues schaffen, um uns gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam mehr zu bewegen. So machen wir Wien!